Hallo Leute, das folgende Video, was ihr gleich sehen werdet, ist, sagen wir einfach mal, durch Zufall entstanden. Und zwar, ich habe auf meinem Server, beziehungsweise den GR Fun Clan Server, einfach mal aufgenommen. Wir waren alle zusammen im Teamspeak und ja, haben ein bisschen Paintball und ein bisschen Spleef gespielt. Das war richtig lustig. Und ja, wie alles geworden ist, seht ihr gleich, ich habe heimlich aufgenommen, vorerst mal, weil ich dann halt die anderen im Nachhinein dann gefragt habe, ob ich es vielleicht mal hochladen soll. Und ja, hat eigentlich alles ziemlich gut geklappt. Ich hoffe, euch gefällt das Video genauso wie mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nur für Schneebälle, solche Granaten oder so, die kann ich nie einsetzen. Oh, ich bin ja mal blau, das ist ja was Neues. Na, habe ich schon einen bekommen? Ah, leck das hier gerade. Habe ich, oh, und, 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 hier ist Crisp. Oh Gott, bin gestorben durch Crisp. Crisp Party. Ich muss mich jetzt ungewöhn, ich muss auf die andere Farbe werfen, das ist scheiße. Ah, Juno, hast du extra in unser Team gekommen? Boah, die Map, die lädt sich hier gerade gar nicht mehr. What? Oh Gott. Wir haben einen geilen Spawn vorhin. Boah, komm. Ich stelle mal kurz hier Grafikeinstellungen rum. Jesus. Das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig geworden. Oh, ich bin schon wieder gestorben, das kann es ja nicht sein. Boah, ich bleibe jetzt hier ja richtig häufig. Oh mein Gott. Jo, ich habe noch zwei Bälle. Ja, dann, kannst du dir die neue kaufen mit dem Buch. Warum, Radlord, hast du ja eigentlich was in die Truhe reingetan? Ah, nee, komm. Ah, fuck. Radlord, was machst du da draußen? Ich bin hier dran. Ja, bist du vor allem im Team? Bist du in meinem Team? Bist du rot? Du bist doch rot, ja, ja. Ja, ja, gut, shit. Ja, warum kämpfst du? Daraus. Ich wollte dich da drinnen nicht töten, weil ich dachte, du wärst... Wo ist der Hölle? War gerade jemand? Hier. Ist jemand, ich sehe einen Applaus. In deinem Haus. Oh mein Gott. Bist ein bisschen dumm. Weit weg, weit weg, weit weg, weit weg, weit weg, weit weg, okay. Ah, schon kaum ab, hab ich bekommen. Aber mit dir hinterher zu rennen macht voll viel Spaß. Einfach mal so. Da wurde gerade auf uns gesnipert. Ja, sie ist da oben. Ich bin draußen. Irgendjemand hat... Ah, ja. Irgendjemand hat den Scheunbaum auch so. Irgendjemand hat den Scheunbaum auch so. Irgendjemand fährt noch Maestro ist da. Wir sind viel zu starkes Team. Wie kann man das Geld? Wie kann man das Geld gleich noch mal sehen? Mit Pepe Cash. Du kannst aber auch da oben einfach auf... Ich hier auch weiter gucken. Leute, es ist überall eine rote. Ich wette Maestro kennt wieder in Kirche. Ich könnte es wetten. Ohne Spaß. Maestro in der Kirche, ich. Ja, so weit. Um was wetten wir? Na, schade uns nicht in der Kirche. Irgendjemand hat sich versteckt. Ich weiß es doch. Na, Maestro. Da bin ich hier getroffen worden oder? Keine Ahnung, was da war. Hm. Vielleicht darf man sich auch nicht zu lange verstecken. Vielleicht wird er auch Autobahn getötet oder so. Finde ich auf jeden Fall recht praktisch. Wisst ihr, was ich mal versuche? Ja. Ich versuche mal hier einen Brunnen zu ertrinken. Ja, versuch es mal. Wenn es geht, dann... Und? Wir haben uns abgelenkt, scheiße. Aber Maestro, du bist noch kurz nicht auf dem Brunnen, denn... Wir haben uns abgelenkt. Wir haben uns abgelenkt. Ich war mit der Brunnenquaselei, da habt ihr mir aufgepasst. Und zack, kam er sich in dem Moment immer da landet. Ja, das ist scheiße wieder im Nachhinein. Können wir mal kurz versuchen, nur wir beide gegen den Rest zu kämpfen? Ja, macht das nur so mit Absicht. Wir quasseln einen Ohr zu, um einen abzulenken. Und dann kommt der dran. Natürlich. Wie sollten wir sonst gewinnen? Moment, Moment, schlecht, Moment. Okay, dann machen wir beide mal... P.B. Red, oder? Jo. Okay, aber wir müssen... Oh, nee, mach P.B. Blue. Blue? Ja. Aber dann, das könnt ihr schon mal. Ja, ich werde drei in Blue. Nein. Nee, mach so nicht wohl, weil dann... Das Wohl fällt immer mehr auf. Mach mal was. Ich schaue es einfach noch mal beim nächsten Mal. Okay, also. Aber diesmal wird es wieder ausgedrückt. Wir und Keo Wano sind im Team. Okay, gut. Ah, da vorne sehe ich schon, ja. Chris Paddy. Naja, ist ein bisschen unfair, die Teams. Aber... Easy. Nummer eins ist weg. What the fuck, wie der mich getroffen hat noch im letzten Moment. Ich bin jetzt die ganze Map hier nicht. Alter. Ich bin einfach so oft getroffen, ich weiß aber nicht, wo. Nein. Boah, ich bin grad richtig schlecht, weiß ich warum. Jetzt lass mich mal kurz in Ruhe, ich muss hier nur kurz... Das ist die Map hier. Ich stehe hier gerade vorm Nächsten. Erst wenn ich darauf zugehe, dann lädt sich die Map. Boah, hab grad Doppelkill gemacht, je. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Der ist ekelhaft, der tat ich doch auch schon. Ich zum Glück noch nicht. Ihr kommt gerade... Ach du Scheiße, ich stehe hier nur Rote rum. Boah. Mann, jetzt kann ich gar nicht sehen, wo ich gegenwerfe. Ich muss mal hier irgendwo in einen Raum... Oh, yeah. ...gehen. Ah, jetzt bin ich auch gestorben. In der Map gibt's aber keinen Raum. Ja. Oh, WTF. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin gestorben, lol. Ich bin als erster gestorben, WTF. Ich hab auch viele Kills gemacht. Neun. Könnt ihr mir mal helfen? Ja, ach so, ich bin gerade gestorben. Also komplett. Ja, ja, ich helfe von oben. Achtung, da wollte gerade einer hochkommen. Oh, Mann. Was los, Meister? Da ist so eine blaue Radel da oben auf dem Berg und knallt ihn mal runter. Ja, ja, immer diese Kämpfer da. Komm, bitte, bitte, bitte. Huh. Hinter dir kommt jemand hoch, glaube ich. Ja? Ja, ja, Juno Master. Jetzt schon wieder weg, danke. Kein Stress. Boah. Alter, die schießen hier aber auch verdammt scharf. Scheiße, ich bin draußen. Ja, ich... Wenn ich noch ein bisschen öfter spiele, bin ich auf Platz 1, denke ich, irgendwann. Ich hab hier für 2100. Ich hab hier einen Megadadad mit dem Camper, aber selbst ist der immer oben drauf. Ja, schön. Hat niemand das Handgranate hier hoch oder so ein... Nein, ich soll keine Schneebälle mehr rauskommen. Ich hab ganz schnell, ganz schnell gibt mir Schneebälle. Nick Quirano. Äh, wer erlebten hier ist noch alles? Ah, oh mein Gott, nur noch, oh Gott, nur noch schon gerade, ach, du lebst, oh Gott. Nein. Oh nein. Ist die Zeit abgelaufen oder was? Nee, nee. Äh, wir haben verloren. Ich würde sagen, wir lassen die Teams erstmal so, okay? War doch gar nicht mal so schlecht. Nee, Moment, ach man, jetzt... Nick ist da, Nick ist da. Ah, nee, okay, gut. Nick, mach... Slash pb. Nick ist auch da. Hey, hey. Ja, wir beide sind genau selben Gedanken. Ist er da, ist er da? Ja, hier ist Nick. Unser Number One momentan noch. Ach du meine Güte. Aber nicht festgelegt. Dann könnten wir wenigstens unsere Teams besprechen, aber so wissen die Außenstehenden ja gar nicht, welche Teams wir haben. Ja, ja, klar, die sehen uns ja nur auf Umschalt. Okay, okay, ähm... Okay, wir gegen vier, wir gegen vier. Schukram, ich, du und, und... Kierwano. Okay, Kierwano. Ja, ich bin wieder. Jetzt rocken wir das Ding. Dann, dann viel Glück. Jo, euch auch. Oh Gott, nein! Oh Gott, ich bin schon gestorben. Nein, das war überhaupt nicht gut. Nein, 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 ach, Manu... Boah, er schreckt mich doch nicht so. Boah, du hast mich auch voll erschreckt. Ah, wieder Nick. Oh ja, klar, der... Ja, Nick hat ja auch E-Mot, also bitte. What the fuck, warum treff ich nicht? Maestro, Maestro, das finde ich nicht okay. Verdammt, die kommen hier zu dritt auf mich drauf. Ah, shit. Oh, ich bin richtig schlecht momentan. Das ärgert mich ziemlich. Oh, das kann so nicht sein. Ich bin schon wieder verloren. Hab schon wieder verloren. Weil, ja, ich hab wieder ein bisschen wenig Frames gerade, aus einem gewissen Grund. Ich bin raus. Ja, ich auch. Ich fail am unter extremst. Okay, wir waren, du müsstest hier vier Leute, das schafft der niemals. Ne, das ist, äh... Ja, shit. Wir haben verloren. Na, ich hab jetzt mal auch noch 30 Frames, ich seh schon, wie viel das ausmacht. Hat die mal ein Würstchen für mich? Was? Ein Würstchen? Äh... Nicht für dich. Oh, oh. Richtig geiler Abend heute. Ja, ist echt klasse. Ja, ich hab das. Ah, drum, ah. Okay. So, so, okay. Jetzt muss es auch besser klappen. Jetzt muss es besser klappen. Wie wär's, wenn wir jetzt nochmal esblief machen? Ja, können wir gleich machen. Können wir gleich mal, da spielen wir alle noch wie ein Rundesblief. Oh, da fällt mir dann der Arm, der Chris ist scheiße. Ja, ich kann, wenn du dich durch mal stehen bleibst. Ah, Chris, hd ist orange. Boah, in der Hund darfst du nicht so unglücklich laufen, wie die eben beiden, weil... Weißt du, was das Beste ist? Die Top 3, die spielen hier mit. Ja, das ist echt klasse. Ist ja verdammt cool. Wollte ich schon... Hab ich mir heute Mittag noch gedacht, schade, dass es jetzt nicht Radleut hier ist, ansonsten würden die Top 3 mitspielen. Ja, ich muss allgemein öfter mitspielen, weil ich... Ähm, nicht, dass... Ja, hier ein paar andere Leute mich noch überholen. Das wäre ja gut möglich. Oh Gott, hat gerade geleckt. Aber wir blau sind da. Es sind ja mehr blau hier als andere. Es ist nur blau. Ich bin ja blau hier überall. Und dann haben wir die Handgranate hier. Alter, da kommt gerade Nick auf mich zugestimmt und schießt tausend Bälle auf mich und ich kratze nicht ab. Und jetzt wirft Nick ein Ball und ich kratze natürlich ab. Alter, das hier... Boah, 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 boah. Also ich bin weg. Ganz tot. Für die kleinen Läppchen. Ja, ich habe noch kein Leben verloren, glaube ich. Oder doch eins vielleicht. Boah, boah, ich habe... Boah, ich bin gerade richtig gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin ja nur noch Nick. Hier, weiter gegen Nick. Boah, ja. Habs, habs. Sollten wir hinkriegen. Okay, okay. Jetzt noch einmal Nick. Einmal Nick. Einmal Nick. Nick, 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 Nick. Aber der ist der Beste. Vergiss das nicht. Ja, den habe ich auch schon gekriegt. Aber nicht wenn so viele Spieler sind. Gegen den habe ich eins gegen eins schon gewonnen. Das schaffe ich schon. Und, und. Ja, wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Die Runde war richtig geil. Sauber. Oh yeah. Ich glaube, ich bin nur einmal oder gar nicht gestorben. Ich weiß nicht genau. Boah, richtig schnell. Richtig geil. Sollen wir noch eine Runde machen dann Ding oder sollen wir jetzt schon sofort? Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Juh. Ah, juh. Good game. So. Boah. Nein, nein, nein. Oh, Juna Master hat es fest geschafft. Oh, armer Juna Master. Aber immer eins der Master. Los, wir den gehört zu ihm. Ja. Was ist denn das hier für ein Treffel? Moment mal. Ähm, ab wann kriegt man hier eigentlich den grünen Lederhahnig? Ich glaube, das kriegen ja nur die Besten. Also die Top 3 und der 4. meine ich hat. Und der 5. hat einen grünen Lederhahnig. Und der Rest. Oh Gott, da ist schon glatt. Jonas und ich bin schon tot. Ganz verrückt. Ja, das ist, wenn die Frames, wenn ich gerade die Web neu läd, dann los geht's. Puh, da stürzen aber ziemlich. Alter. Gibt's noch was extremer? Also ich verkack hier gerade. Boah. Wow, das war gut. Das war richtig gut von ihm. Er ist aus dem Haushalt gesprungen und hat mich dann sofort getroffen. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich gehe mal hier hoch. Der Geheimweg. Hier aufs Haus und dann. Boah. Yeah. Oh yeah. What the fuck. Okay, wenn ich hier bin, muss ich dann wieder hier hoch und dann. Ja. Okay. Lo. Ich bin einfach so gestorben. Lol. 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 Ich bin. Fuck. Ich hab dich einfach nicht gesehen. Oh nein. Schade. Ich bin glaube ich dreimal innerhalb von 10 Sekunden jetzt gestorben. Nein. Nick weiß immer, wo man ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Alter, jetzt generiert sich hier nicht richtig die Map. Gibt's doch gar nicht. Jetzt kann ich hier mitten durch die Häuser gucken. Ich bin schon wieder weg. Wer hat es jetzt geschrieben? You know Master. Ja, ja. You know Master. Das merk ich mir noch. Du kleiner, du. Der Flinge. Oh. Kevanu. Nein. Verlass uns nicht. Okay, eine gute Runde war bei mir dabei, wo ich auch konzentriert war, aber die andere war jetzt nicht so gut. Nein. Alter, ich bin hier gerade auch Grafikeinstellungen umzustellen, nur damit ich die Map mal richtig stellen. Gehen wir es blöd? Ja, machen wir gleich. Achso, ja. Das können wir jetzt machen. Macht. Alle. Mal. Erstmal lief. Jetzt kommst du nicht. Ja, das sag ich gerade. So. Hä? No, das muss ich ja nicht davor machen. So. Achso, das könnt ihr auch mal kurz machen. Okay. So, ich bin schon im Spief drin. Ah ja, aber jetzt auch schon. Ja, mehr oder weniger. Drin bin ich schon. Ich bin hier aber jetzt mal ein letzter Ort wahr. Ähm. Sag das mit der Schaufel dazu. Also. Das ist genial. Aber warum weiß man immer die Augen, der in den Augen schützt, den Kopf hier als Auswahl, oder was? Achso, Kopf. Zwei Bücher und, ja. Ja, die Schaufel. Spief, join. Auf die Schaufel drücken. Gott, das wird jetzt unglaublich. Oh Gott, es geht schon los, WTF? Ja, ja. Also. Also. Mein erstes spielt aber noch nicht mit. Rennt erst mal um euer Leben, so als kleiner Zipp. Ja, ja. Erstmal um sein Leben rennt. So, die viele wissen ja noch gar nicht, was geht. Viele wissen ja noch gar nicht, was geht. Was ist denn los? Ich hab's doch gar nicht gemerkt. Ja, ja. Ich merke mich schon. Tod war jetzt. Ah! Ja, ja, okay. Eben nur weiter unten ist. Okay. Ah, schuld, graben. Du bleibst eh immer viel zu lange oben. Ich hab's ja auch, du schadlert. Warnow, du mach dann gleich einen Abgang durch zwei. Ich bin noch nicht sicher, ob dir das gecheckt haben, ob man, wie man das spielt. Weil wir haben ja jetzt als Angehörige... Oh Gott. Natürlich, komm mal jetzt hier einfach zu beenden. Ja, stimmt. So, falls immer eben nach unten. Ja, nicht zu günstig. Irgendjemand hat sich gerade freiwillig nach unten gegraben, wer auch immer das wäre. Ja, ja, der Kran von unten, der will uns von unten hinabreden. Ja, die ist klar. Ja, von unten mal wieder. Ah, ne, mal jetzt, ne, mal jetzt, ne, mal jetzt, ne, mal jetzt, ne, mal jetzt. Ich bin immerweilig hier. Ach, menno. What the fuck. Ist immer gut, wenn wir uns ein bisschen wegrennen, dann. So, wenn es da wieder weg ist, wenn es wieder vorbei ist. Das ist taktig runter. Also, wenn man hier gewinnen will, dann braucht man eine Chance von 1 zu 8. Erstmal brauchst du mehrere Augen. Na gut, wenn man bei Survival Games gewinnen möchte, also das, was ich hier mal mit dem Tire-Hating gezeigt habe, da braucht man eine Chance von 1 zu 24. Wobei es da halt nicht nur mit Chancen ankommt, sondern auch halt noch mit... Ja, könnten so. Nein, halt doch mal runder, man, aber warum? Ja, komm, schätze ich, und jetzt ist, und, 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 und. Nein, ich bin untergefallen, weil meine verfickte Scheiß-Maus, wie das herumgespackt hat. Schön. Auf welcher Ebene bist du Radbord? Oh, du Sack. Ja. Das höchstwürftel. Ja, ich bin jetzt bei Maestro. Direkt hinter Maestro, der Maestro? Maestro? Maestro hat gute Erfahrungen gemacht. Äh, nee, nee. Warum, auf welcher bist du? Ich bin auf der dritten höchsten. Auf der dritten, also, auf der Schwabich gerade rausgehauen. Oh Gott, wir sind alle auf der gleichen Etage. Warum? Oh Gott, nein, 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 trenn, trenn. Fall runter, Radlord, wo bist du? Ja, weit genug weg. Ach, jetzt sind hier ja vier auf der Etage. Ach, komm schon, Maestro. Boah. Boah, Maestro. Ich bin untergegraben, ich sage mal. Von hinten, von hinten. Boah, ich hab's nicht gesehen. Ja, weil ich flippen kann. Wagner, wo bist du? Ich such dich. Ich grabe dich von unten raus. Ich werde ja so verpacken. Ist noch einer über uns? Nein, ich glaube nicht, oder? Oh Gott, da kommt Nick. Nein, 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 bitte nicht, Nick, Nick, Nick. Nein, 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 das war ja krass. Wow, wow, da hat einer von unten gegraben und ich wäre fast reingefallen. Ja, ja, ja. Ja, Nick ist allgemein nicht schlecht. Nick ist nicht schlecht. Ich glaube, da spielt auch öfter... Du hast gleich keinen Boden mehr, wo du stehen kannst. Ich glaube, Nick, da spielt öfter PvP und so. Allgemein, da ist recht gut in so Sachen. Ah, shit, jetzt bin ich wohl irgendwo reingefallen. Es ist ein einfacherer Kampf zwischen Nick und mir. Ich glaube, du schön nach oben hinweggekackst. Das habe ich mal so ein wenig Frames. Das ist ungünstig. Das macht ja. Nick? Dann macht den ja nur noch hier oben. Ja, frage ich mich auch. Ab runter, Nick. Nein, ich bin runter. Oh Gott. Nein, 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 nein. Gott, 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 war das schlecht. Ja, heil, heirat Gott. Ja, super, aber Nick ist da noch oben. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt mal runterholen. Ich weiß nicht, hier sind schon ein paar Löcher nicht, dass ich da versuche. Du bist ein Stück, das ist ja abartig. Ja, so viel warst du nie. Also, für einen... Ey, was soll ich jetzt hier machen? Kann mir das mal irgendjemandem erzählen, was ich hier machen soll? Ja, ich bin. Du meinst beim Warten? Nein. Ich stehe hier auf meiner Insel und komme nicht runter. Ich kann nur im Kreis laufen, damit ich nicht rausgekickt werde, wegen AFK. Ach, hier war nur, ist ja... Ach so, ja, bewegt dich einfach ein bisschen. Und zwar, ich komme zwar auf deine Insel rüber, aber dann würde ich wahrscheinlich sterben. Deswegen warte ich erst mal ein bisschen. Nee, lass das lieber. Wenn du da rüber springst, dann bist du... Nee, nee, den Sprung schaffe ich, aber danach werde ich wahrscheinlich dann sterben. Nein, jetzt lass es. Ah, lass es doch. Ja, ich lass es auch. Das ist unfair. Oh, komm schon, komm schon, Nick. Nick, 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 Nick. Boah, was soll denn das? Oh, Nick ist hier, oh Gott. Jetzt sind alle in der untersten Etage. Boah, ja, jetzt ist es entscheidend. Ich bin schon wieder weg. Ja, guck, wie ich gesagt habe, dein Sprung schafft man. Komm, bau alles unter dir ab, bau alles unter dir ab. Nein, nein, oh Gott, jetzt ist... Oh Gott, Nick ist da, komplett sicher. Nick hat es nicht geschafft. Okay, nur noch wir, nur noch wir. Oh, nee. Ja, ha, ha. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich gehe zu krammen. Komm, Markus, komm, komm, komm. Oh, yay. Oh, mein Gott. Komm, Markus, komm. Fall nach unten. Komm, Markus, du willst es auch. Yay. Oh, wie knapp, einfach mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Ja, ja, gewonnen. Oh, yeah. Oh, nochmal. Okay, alle wieder andrücken. Oh, ich habe... Nee, ja. Sorry, sorry, sorry. Okay, okay, ich bin drin. Gut. Da macht alle, ähm... Wer macht das denn hier immer? Ah, es geht los, lol. Ich muss gar nicht angeben. Okay, dann mal wieder. Nick steht draußen. So, und jetzt zwei. So, mal gucken, wer diesmal bester wird. Wieso steht ein Nick draußen? Keine Ahnung. Er ist nicht reingekommen, wieso auch immer. Nick. Neun. Nick. Der einsame Nick. Nick wird mit 2k... Latsch, geh weg, ich will dich nicht hier. Oh, der Nick wird mit 2k geschrieben. Shit. Der heißt eigentlich Yannick, also wird mit 1k geschrieben, aber mit 2k. Oh, und jetzt von hinten, von hinten, von hinten. Oh, Gott. Komm schon, komm schon, komm, hast du da. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, du fällst halt auch noch irgendwie runter. Nein, das kann doch jetzt echt nicht sein. Oh, jetzt so. Lass mich schön in meiner Insel. Hallo, Nick. Oh, das war einer auf der unteren Ebene, Chris Partee. Jetzt auch in HD. Ach, aber jetzt, wir sind die Einzelnen, die hier nach oben sind, ne? Ja, komm, da spielt, da spielt gegenseitig Ründer, ihr Camper. Ja, guck mal, da wird bestimmt gleich einer von Untillgraben. Wieso? Ne, 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 würde ich nie machen. Naja. Oh, der arme Chris muss immer noch zuschauen. Wer war's hier, Alter? Wer zur Hölle hat mir jetzt da ein Loch reingegraben, hä? Wer war das? Keine Ahnung, aber... Nein, 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 ey, wer gräbt mich hier unter meinen Füßen in den Boden weg? Ja, ich. Ich. So ist mir da voll dankeschön, ja! Oh, Lord, nein! Jetzt gräbe ich mir hier selbst schon in den Boden weg. Das kann man jetzt tun, natürlich, klar, jetzt mal wieder... Richtig klasse. Richtig klasse. Ja. Keiner, sowas solltest du mal im Let's Play irgendwie, keine Ahnung. Du meinst, dass ich es vielleicht aufnehmen sollte? Ja, ist es mir eigentlich egal. Okay, okay, weißt du was? Also wenn ich niemand was dagegen hat, ne? Weil ich habe auch eben schon Paintball die ganze Zeit aufgenommen, just for fun mal. Und wenn keiner was dagegen hat, könnte ich hochladen. Ich hoffe nur, dass die Stimmen richtig laut sind. Also wenn keiner von euch irgendwas dagegen hat, dass ihr... Haben wir gewonnen, also nicht, dass wir am Ende verloren haben. ...mitglaren Channel bis Game Channel. ...zu sehen ist, dann, ja, würde ich das hochladen. Wenn niemand was dagegen hat. Mir eigentlich egal. Also ich meine, mein Nachname wurde ja nicht genannt. Ja, noch nicht, noch nicht. Ne, Spaß. Oh, jetzt, oh nein, 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 tu mir das nicht. Boah, halt doch schon, wunderbar, das gibt's ja nicht. Ich warte mal kurz. Ey, ich habe irgendwie Klebstoff, keine Ahnung, unter den Füßen. Das ist nicht normal. Ja. Ja, ja, mein Herr ist treu, ne? Aber erst, du musst auch aufpassen, nicht, dass die Jans von hinten kommt oder so, ne? Weißt ja. Ach, jetzt, ja, typisch, ja. Dann am Reden und dann fällt man sich gleich weiter, ja, das übliche. Weil jetzt vielleicht, lässt sich vielleicht ablenken. Boah, zwei Frames. Alter, ich sehe hier nur, ich habe gerade seinen Kopf gesehen, jetzt sehe ich hier Löcher, da bin ich aber auch. Ich verstehe gar nicht, wie ich das schaffe. Dann sehe ich Löcher und dann bin ich auf einmal schon wieder weiter weg, über die Löcher irgendwie drüber gesprungen. Na, du backst dich einfach über alles hinweg. Ja. So Nodus. Ja, je, jetzt... Ah. Wallhack. Na gut, Wallhack bringt dir jetzt eher weniger. Na gut, war ja ein bisschen. Na gut, wir aber auch... Nee, doch, nicht Wallhack, wir sind vollkommen auf Schwachsinn. Weil das sieht man ja gar nicht auf welch Blöckmann ist. Na, komm schon. Nein, oh Gott. Nein, 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 nein. Boah, das war so knapp, das war so knapp. Was war so knapp, das war so knapp, das war so knapp. Nein, 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 nein. Alter. Nein. Oh Gott, danke schön. so wird das Feierabend mit PvP hier im Ding wer lebt denn auch wer lebt noch nur noch wir beide oder Peter Kultmann Prozent okay wie das einsame Duell ist übrigens ein netzes Spiel ich muss jetzt Schluss machen ihn nach okay Koffer noch packen und Oh Gott und zu grau gewinnt glaube ich ja er hat das gewonnen ich ich habe gewonnen ich glaub du müsst gewonnen haben oder ne warum kurz hier steht Kiwano warum steht Kiwano hier drauf hat das hier drauf gestellt hier steht You Won The Game ah gut da hast du gewonnen echt gut ja da würde ich sagen war es für die Aufnahme und wir sehen's beim nächsten Mal wieder bye 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 Vielen Dank.